Hey Freunde, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfo und herzlich willkommen zum Smashing Simulator in Roblox. Wir können, wir können hier einfach alles auf der Map zerstören. Wir haben einfach Steine, die können wir schmeißen und damit alles kaputt machen. Hier so eine Bank, keine Chance. Game over. Hier so ein Mülleimer, keine Chance. Oh, da hat einer einen Baum kaputt gemacht. Ich glaube ja wohl, es hackt. Hier können wir alles mögliche zerstören und ich bin echt gespannt. Was kann man hier? Man kann sich ein Telefon kaufen. Oh, das können wir uns schon leisten. Jetzt können wir ein Telefon schmeißen. Wir schmeißen einfach Handys. Ja, wir werden schauen, was wir heute alles hier im Video zerstören können. Lassen wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir schmeißen jetzt unser Handy hier überall rein. Das macht schon mal viel mehr Schaden wie so ein Stein. Das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich müsste ja ein Stein mehr kaputt machen wie ein Handy. Aber was weiß ich schon. Ich bin kein Experte, ja. Scheinbar können wir mit dem Handy hier nämlich auch Bäume umstoßen. Deswegen, äh, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt, was wir noch alles zerstören können. Es gibt nämlich natürlich noch verschiedene Level, die wir betreten können. Das hier ist natürlich nicht das einzige Level. Und wie in jedem guten Simulator, Leute, haben wir natürlich hier auch Pads, die wir uns kaufen können. Wir kaufen uns mal direkt zwei. Wir haben direkt einen Hund und eine Katze. Beste Kombi, Leute. Richtig, richtig stark. Keine Ahnung, was die uns jetzt für einen Bonus geben. Aber wir machen auf jeden Fall massiv mehr Schaden. Hier so eine Laterne können wir auch mitnehmen. Zack, zack. Alles geht kaputt. Wir kriegen... Oh, wir haben richtig viel, richtig viel Gold bekommen. Okay, warte. Äh, dann können wir uns doch noch was Besseres kaufen, oder? Ein Kopfkissen. Hä? Ein Kopfkissen macht aber doch auch nicht mehr Schaden, oder? Können wir hier auch so... Oh, wir können auch so einen Kran zerstören. Okay, da machen wir aber nicht viel Schaden dran. Das lohnt sich nicht, Leute. Das kann ich euch sagen. Ah, hier drüben geht's dann in die Spielplatzzone. Die kostet 100.000. Da können wir also auch noch rein dann. Wenn wir hier... Okay, wir helfen mal gerade hier, das zu zerstören. Das gibt bestimmt viel Gold. Wir haben jetzt schon... Wir haben 10.000 Gold. Dann müssen wir doch gleich bestimmt noch mal... Können wir doch gleich bestimmt noch... Äh, noch einen neuen Gegenstand kaufen, oder? Ich meine, ich hab da eben schon gesehen. Es gibt auch noch einen Golfball und so. Und einen Golfball, das glaube ich... Ein Golfball macht auf jeden Fall viel Schaden. Also ein Golfball macht auf jeden Fall mächtig viele Löcher. Okay. Ich bin echt gespannt, was wir noch alles zerstören werden heute. Wir haben jetzt schon 22.000. Können wir uns noch nicht was Neues leisten? Für 22.000? Warte, da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Wir können doch den Golfball. Der kostet 4. Jetzt haben wir den Golfball und wir haben... Okay, warte, wir haben auch einen Spartan am Inventar. Wo ist der denn hergekommen? Der macht 100% mehr Schaden und 100% mehr Gold. Und hier kann ich jetzt... Oh, hier kann ich ein Ei für 10.000 kaufen. Dafür kriegen wir ein Schwein. Und was kriegen wir noch? Eine Kuh. Was bringen die? Äh, was bringt die Kuh? 200 Schaden und das Schwein bringt 200 Gold. Äh, okay. Hey, die lohnen sich auf jeden Fall alle, würde ich sagen. Da machen wir jetzt auf jeden Fall... Yo, da machen wir jetzt auch an dem Schild hier schon richtig viel Schaden, Leute. Ey, wir können uns gleich schon... Wenn wir jetzt ein bisschen hier, ähm, sparen, können wir uns gleich einfach so schon, äh, die nächste Zone leisten. Ich meine, die nächste Zone kostet ja nur 100.000. Und so viel ist das ja gar nicht. Vielleicht können wir... Oh ja, wir können jetzt auch so einen Kran zerstören, Leute. Guckt mal. Ganz locker. Ey, der hat gar keine Chance gegen unseren Golfball. Let's go. Haben wir jetzt schon 62.000? Ey, das geht auf einmal richtig schnell. Okay, warte mal. Wir machen nochmal das große hier kaputt. Das große Schild hier, oder was das ist. Und dann können wir uns bestimmt schon die Spielplatzzone leisten, oder? Come on. Wenn das jetzt kaputt geht, haben wir... Äh, noch nicht ganz, aber fast. Warte, wir machen hier gerade noch ein paar Bäume platt. Let's go. Oder hier so einen großen Kran. Ey, ja, haben wir es. 100.000, Leute. Wir gehen in Spielplatzzone. Nächste Ebene freischalten. Kaufen. Let's go. Und hier kriegt man dann doch jetzt... Oh ja, guck mal, wie viele schon so eine Laterne aushält. Ey, die Laterne hält einfach mehr aus, wie drüben so ein Kran. Ey, okay. Dann gibt es hier doch bestimmt auch... Gibt es hier auch einen Shop? Ne, müssen wir für Shop dann immer wieder bis an den Anfang laufen? Oha, okay. Für einen Shop müssen wir also immer wieder bis zum Start. Können wir uns dahin teleportieren? Ah, okay, wir können uns teleportieren. Dann ist alles cool. Gar kein Problem. Ich habe jetzt gerade mal kurz ein paar Münzen nochmal angespart. Wir haben jetzt 120.000. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken, was wir uns jetzt an neuem Equipment kaufen können. Und vielleicht kaufen wir auch nochmal ein paar neue Haustiere. Ich meine, wir haben ja jetzt noch welche freigeschaltet. Aber erstmal glaube ich, wir können uns das Gewicht kaufen. Ah, die Banane kostet 250.000. Okay, gut. Kaufen wir uns das Gewicht. Und wie viele Haustiere können wir denn eigentlich ausrüsten? Wir können... Ah, okay, vier Stück. Wir können vier Haustiere immer ausrüsten. Aber ich kaufe jetzt trotzdem nochmal ein paar Pets hier. Nochmal eine Kuh. Ey, wir haben noch gar nichts von den Seltenen hier. Ich kaufe mal direkt drei Eier. Ah, kann ich nicht. Ah, müssen wir Robux für ausgeben. Das will ich aber noch nicht. Robux will ich noch sparen. Ich öffne mal gerade hier alles, was wir können. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Seltenes. Das wäre ein Stier. Oh, der ist bestimmt gut. Der hat 4,1% Chance nur. Den haben wir jetzt aber. Äh, warte, wir öffnen trotzdem noch weiter. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas richtig Seltenes. Das wäre natürlich richtig strong. Ah, noch ein Schwein. Komm, noch was Seltenes. Gib mir, gib mir noch was Seltenes. Ah, schade. Pech gehabt. Aber der Stier hier macht 200% Schaden plus und 200% Gold. Und die Kuh hier macht auch nochmal 200% Schaden. Das ist richtig strong. Wir haben jetzt ultra den Goldbonus und ultra den Schadensbonus. Das ist richtig heftig. Und wir haben jetzt die große Handel zum Schmeißen. Das heißt, wir machen nochmal viel mehr Schaden. Das wird jetzt lustig. Okay, schauen wir mal, wie viel Schaden machen wir. Alter. Ey, wie viel Schaden machen wir denn jetzt schon hier drüben? Einfach mit der Handel hier kloppen wir einfach alles direkt um. Ey, wie schnell kriegen wir jetzt Geld? Guckt mal. Einfach schon fast 200.000. Einfach so. Gerade nur ein bisschen geworfen. Auf einmal schon reich. Yo. Was geht denn hier ab? Hey, let's go. Und noch ein Level up. Ey, richtig gut, Leute. Okay, ich würde sagen, ich sammle gerade mal kurz ein bisschen Geld an. Und dann können wir uns direkt noch einen... Wir können uns jetzt schon die Banane kaufen. Aber was können wir hier noch alles kaputt machen? Können wir hier drüben... Was ist das hier? Ist das hier so ein Eiswagen? Den können wir auch zerstören, wenn wir wollen. Krass. Und hier können wir noch irgendwelche Upgrades kaufen. Wahrscheinlich sind wir dann noch stärker, wenn wir die kaufen. Aber guck mal, der Eiswagen hier, der bringt richtig viel Kohle. Ey, einfach locker. Wir gehen einfach locker über 600.000 jetzt. Ganz locker easy. Gar kein Problem. Zack. Zack. Einfach so. Und hier jetzt Upgrades kaufen. Angriffskraft erhöhen wir. Wurfgeschwindigkeit und Spielergeschwindigkeit kostet jeweils 100.000. Und jetzt machen wir einfach noch mehr Schaden. Hä? Das ist ja richtig brutal. Einfach so. Ah, geht einfach alles kaputt direkt. Ey, das ist ja ultra krass. Okay, ich sammle gerade einfach mal ein bisschen Geld. Oh, hier das ganze Spielding. Und als nächstes kommen wir in den Flughafen. Da können wir wahrscheinlich einfach Flugzeuge zerstören. Yo. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sammeln gerade Geld. Wir sammeln Geld. Wir sehen uns gleich wieder. Ey, Leute. Es geht so schnell jetzt mit dem Geld. Wir haben einfach schon 1,2 Millionen. Wir teleportieren uns mal kurz rüber. 1,2 Millionen. Was kriegen wir dafür hier für ein Tool? Nur die Banane. Ah, der Basketball kostet 2,5 Millionen. Ja, okay. Okay. Und wir können uns hier das Ei hier leisten. Wir haben einen Fuchs bekommen. Warte, was kostet das? 150. Wir öffnen noch mehr. Selten, ein Tiger. Yes. Okay, was gibt es noch? Ein Affe. Okay, ist der gut? Wir machen mal auf, bis wir kein Geld mehr haben. Ein Papagei. Wir haben die seltensten Sachen direkt bekommen. Einfach die seltensten Sachen direkt? Wie kann man denn so viel Glück haben? Okay, warte. Wir checken mal. Der Tiger macht... Oh, der Tiger macht jeweils 100%. Äh, 500%. Wir haben noch einen silbernen Stier bekommen. Wann habe ich den denn gekriegt? Und dann haben wir hier noch einen Papagei. Und wir haben halt hier noch den... Okay, den Stier lasse ich aber ausgerüstet. Der ist genauso gut wie der Affe. Aber der Rest... Alter Propeller. Richtig strong. Wenn wir jetzt hier hoch zum Spielplatz gehen, Leute. Ihr seht das. Guckt mal. Alles... Alles geht einfach direkt kaputt. Geht die großen Sachen hier nicht. Die brauchen kurz. Aber alles andere... Hier so eine Schaukel. Zack. Weg. Das war mal eine Schaukel. Ey, jetzt können wir richtig schnell Geld verdienen. Okay, Leute. Als nächstes schalten wir uns sofort den Flughafen frei. 10 Millionen Gold. Die haben wir schnell beisammen. Und dann geht's ab rein in den Flughafen, liebe Leute. Let's go. Wow. Das geht auch schnell kaputt. Es geht alles einfach kaputt. Und da ist es auch schon soweit, Leute. Flughafenzone kann gekauft werden. Let's go. Ab in den Flughafen. Jo, wir machen einfach gar keinen Schaden. Ja, moin. Ey, hol dir Kerne von Asteroiden? Asteroiden fallen vom Himmel? Äh, mit Asteroiden können wir unsere Pets verstärken scheinbar. Okay, das ist ja richtig krass. Okay, und hier im Flughafen können wir jetzt hier richtig Rambazamba machen, oder was? Alles schön zerstören. Aber das hat alles ganz schön viel Leben. Wir machen ganz schön wenig Schaden. Ey, wir müssen auf jeden Fall viel stärker werden, um hier im Flughafen ordentlich was wegzukloppen. Ey, wie viel halten die Sachen denn hier aus? Das ist aber nicht cool. Nur so eine Bank hier geht schon gar nicht kaputt. Aber es fällt viel Geld raus. Das ist gut. Also haben wir jetzt nochmal 8,6 Millionen Coins. Wir gehen damit jetzt nochmal zum Office und kaufen uns natürlich, liebe Leute, wir können uns den Basketball, wir können uns auch den Fußball leisten. Der macht, warte, die Banane macht 400 Schaden. Der Fußball macht 1200 Schaden. Der ist ja schon dreimal so viel ungefähr. Und wir können natürlich hier nochmal, wir könnten jetzt nochmal Eier öffnen. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Ich glaube, wir sollten das Ei für 1,5 Millionen öffnen und einfach noch stärkere Sachen bekommen. Ich glaube, alles andere macht gar keinen Sinn. Wir haben jetzt ja schon mal den Football. Der macht halt schon mal... Jo, ah ja, okay, ja, das lohnt sich. Oha, ja, wow. Guck mal, wie der hier durchrippt, Leute. Der fliegt einfach da rein, alles direkt Game Over. Da können wir gleich erstmal massig viele Eier öffnen. Und hoffentlich noch mal ein paar richtig, richtig gute Pets bekommen. Äh, so wie den... Was ist das? Der Stier? Der Tiger. Der Tiger mit 1000% einfach. Das lohnt sich halt unnormal, ne? Beides verfünffacht einfach. Fünfmal mehr Schaden. Fünfmal mehr Gold. Das ist so viel. Okay, und wenn wir jetzt hier... Ah, wir sind jetzt auf über 10 Millionen, Leute. Das schickt schon. Das reicht. Wir unten leveln ab zu Legendary. Let's go. Oh, wir haben auch irgendwie einen Boost bekommen. Ne, kein Rank Upgrade. Wir haben so einen Lucky Boost bekommen, wie im Pet Simulator. Können wir, wenn wir den einsetzen... Warte mal. Hier, Lucky Boost. Dann ziehen wir doch garantiert bessere Pets, oder? Ja, moin. Direkt ein seltenes Lamm gezogen. Ah, warte, das hat 43% Chance. Das kommt sowieso raus. Eichhörnchen, das zweitseltenste. Okay. Nochmal das Lamm. Aber ich weiß nicht, ob das Lamm gut ist. Wahrscheinlich... Oh, mein Inventar ist voll. Okay, warte. Wir sortieren erst mal. Eichhörnchen kommt rein. Valkyrie-Katze. Ah, die kriege ich immer für mein Level ab, diese krassen Pets. Ach so. Ich habe schon alles gefragt, wo die herkommen. Okay, wir müssen jetzt aber erst mal hier ein paar deleten, Leute. Wir müssen jetzt leider erst mal aufräumen hier. Wir haben nämlich keinen Platz mehr. Da müssen auch ein paar gute Pets jetzt weg hier. Die müssen weg. Löschen. Okay, wir haben aufgeräumt. Ziehen wir mal neue Pets. Eine Ente. Die hat 14%. Das ist gut. Nochmal das Eichhörnchen. Ich hätte gerne hier unten das Lila. Aber das Lila hat 0,2%. Ich glaube, so viel Glück haben wir dann doch nicht. Und das war das Letzte. Wir haben nochmal ein Lamm bekommen. Okay. Also die Ente macht 800 und als Eichhörnchen 700. Liebe Leute, das ist richtig stark. Da sind wir richtig strong unterwegs. Oh, hier ist so ein Meteor, oder nicht? Oh, den kann ich gar nicht kaputt machen. Der ist viel zu strong. Alter, die Sachen hier sind alle richtig strong. Aber aus dem Meteor hier... Warte, wir hatten auch noch eben... Ich habe ja auch noch so einen doppelten Münzen-Boost bekommen. Da kriegen wir doppelt so viele Münzen jetzt. Wow, guck mal, wie schnell das steigt jetzt. Hä? Einfach 20 Millionen. Einfach so, hier von dem Meteor. Ja, moin, was ist denn da los? Was ist denn da gerade passiert? Was? Also, keine Ahnung, was hier abgelaufen ist, Leute. Wir haben einfach 250 Millionen und der Meteorit ist noch nicht mal kaputt. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wo ist denn hier eigentlich der nächste Bereich? Also, wie viel kostet der nächste Bereich? Ach, der kostet einfach mal schlappe zweieinhalb Milliarden. Ach Mensch, das ist ja richtig günstig. Hör mal. Kostet ja fast gar nichts. Okay, Objektshop. Was können wir uns leisten? Einen Würfel. Der macht 2500. Wir kaufen den mal. Und dann können wir uns auch das Ei hier leisten, Leute. Wir kriegen eine Schildkröte, eine Schrotkröte. Und was kriegen wir noch? Einen Fisch. Und mehr kann ich nicht öffnen. Wie stark sind die? Ach ja, der Fisch macht mal schlappe. 1300 Prozent. Tiger, Fisch. Ja, Max. Ah, okay. So. So. Der Fisch macht 1000. Die Schildkröte 1300. Strong. Strong. Und das nächste Dings, das nächste Ei kostet 250 Millionen. Da kommt natürlich noch bessere raus. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch zum Flughafen. Wenn ich hier jetzt reinschmeiße. Ja, das Geld ist krass. Ey, es ist krass, wie viel Geld dabei rauskommt, Leute. Das ist ja unnormal. Vor allem jetzt mit dem Würfel kommt ja noch viel mehr Geld raus. Weil wir noch viel mehr Schaden machen und noch stärkere Pads haben. Pro Hit kriegen wir einfach irgendwie fast, wir kriegen sechs oder sieben Millionen mit einem Hit. Oder fünf, sagen wir fünf. Fünf kommt hin. Ja, fünf ist gut. Ziemlich genau fünf Millionen mit einem Hit, Leute. Das ist crazy. Das ist absolut verrückt. Yo. Also ich würde sagen, wir machen 250 Millionen voll. Dann öffnen wir doch eins von diesen neuen teuren Eiern, die 250 Millionen kosten. Und dann schauen wir mal, was wir daraus bekommen. Wie stark die Pads sind, die da drinnen liegen. So. Und das haben wir schon. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Wir gehen runter, kaufen uns hier das Ei. Was kommt da raus? Ein Flugzeug? Das Pad ist einfach ein Flugzeug. Aber es hat nur 1500 Prozent. Das ist gar nicht mal so stark, wie ich dachte. Aber trotzdem, schon strong. Sehr gut. Aber Leute, ich würde dann natürlich sagen, das war es alles für den ersten Part hier vom Smashing Simulator. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie wir immer krassere Sachen zerstören, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Abonniert natürlich hier oben den Kanal und ihr könnt gerne hier drüben euch noch irgendein Video aussuchen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns natürlich im nächsten Video hier wieder. Deswegen macht es gut und bis dahin.